Wir sind dieses Jahr das erste Mal auf der Hannover Messe im Gemeinschaftsstand vom Swiss Pavilion und werden da unser Last-Mile-Management vorstellen, um zu zeigen, was heute auch schon alles möglich ist im Bereich der Intralogistik. Hier sehen Sie die Technologie, die wir dazu nutzen. Das ist die Smart Beam Flex, eine Waage, fest verbunden mit einem Standardbehälter und einem elektronischen Label, was nachher die ganze Technologie ermöglicht, um die Kommunikation für die letzte Meile, dem Last-Mile, sicherzustellen. Dass Sie jederzeit wissen, wo und wann Material gebraucht wird, um so die komplette Transparenz zu haben.